Die Bayern in Lissabon. Zum Auftakt der Champions League geht es für die Münchner im Estadio Dalus gegen den portugiesischen Rekordmeister. Der FC Bayern bei Benfica Lissabon, das erste Spiel des deutschen Meisters in dieser Champions League Saison und die Bayern wird heute Abend einen Hexenkessel erwarten im Estadio Dalus. Das weiß auch Niko Kovac, der hier selbst schon mal gespielt hat, 2004 mit der kroatischen Nationalelf bei der Europameisterschaft, verlor damals allerdings 2 zu 4 gegen England, schieb damit auch aus. Schlechte Erinnerungen also an die Kathedrale und aktuelle Verletzungssorgen. Zudem ist es die Trainerpremiere in der Königsklasse für Niko Kovac. Es ist ein Spiel, wo es um Punkte geht, wo es um Siege geht und da ist man als Spieler genauso wie als Trainer angespannt. Aber auch mit einer klaren Zielvorgabe. Wir sind hier, um zu gewinnen, denn wir wollen in die Gruppe genauso starten, wie wir es in der Bundesliga getan haben, um mit dem nötigen Selbstvertrauen dann auch in die nächsten Spiele zu gehen. Nach drei Siegen zum Bundesliga-Start sollen auch in der Champions League von Spiel 1 an keine Zweifel aufkommen. Ich respektiere und akzeptiere jeden Gegner, denn das ist mein Naturell. Und wir kommen ja nicht überheblich her, um Gottes Willen, aber wir kommen schon selbstbewusst hierher und hoffen, dass wir auch etwas hier mitnehmen. Sorgen bereitet den Bayern derzeit nur die personelle Situation. Coman, Rafinha und Tolisso verletzt, Goretzka angeschlagen. Dennoch, der Trainer jammert nicht. Niko Kovac betonte, ich habe 16 gesunde Feldspieler und komme mit denen gut klar. Er suche keine Ausreden, suche keine Alibis, aber mit dem Hinweis, wir seien kein Freiwillig, wollte er einfach ein Zeichen gegen brutale Härte setzen. Er ist ein Befürworter der gesunden Härte und wollte mit diesen Sätzen ein Zeichen an die Bundesliga senden, allgemeingültig und nicht nur, um seine eigene Mannschaft zu schützen. Der Bayern-Auftakt in der Champions League bei Benfica Lissabon. Spiel 1, Sieg 1. So zumindest ist die Vorgabe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017